Als die Tür hinter Gideon und dem Grafen ins Schloss fiel, machte ich automatisch einen Schritt zurück. Ihr dürft euch ruhig setzen, sagte der Lord und zeigte auf einen der zierlichen Stühle. Rakotzi verzog seine Lippen. Sollte das etwa ein Lächeln sein? Wenn ja, musste er das aber nochmal üben. Nein, danke, ich stehe lieber. Noch einen Schritt zurück, bis ich fast gegen eine nackte Putte stieß, die rechts neben der Tür auf einem Sockel stand. Je mehr Abstand zwischen mir und den schwarzen Augen, desto sicherer. Und ihr wollt wirklich aus dem 21. Jahrhundert kommen? Na, von wollen konnte eigentlich keine Rede sein. Ich nickte aber. Lord Prompton rieb sich die Hände. Also dann, nun, welcher König regiert England im 21. Jahrhundert? Wir haben einen Premierminister, der das Land regiert, sagte ich zögernd. Die Königin kümmert sich nur mehr um repräsentative Aufgaben. Die Königin? Elisabeth II., siehst du ja nett. Jedenfalls haben wir einen Premierminister und ein Kabinett mit Abgeordneten, die vom Volk gewählt werden. Lord Prompton lachte anerkennt. Das ist eine lustige Vorstellung, nicht wahr, Rakotzi? Höchst amüsant, was sich der Graf da wieder ausgedacht hat. Und wie sieht es im 21. Jahrhundert in Frankreich aus? Ich glaube, die haben da auch einen Premierminister. Kein König, soviel ich weiß. Auch nicht zu Repräsentationszwecken. Mit der Revolution haben sie den Adel einfach abgeschafft und den König gleich mit. Die armen Marie Antoinette haben sie geköpft. Ist das nicht furchtbar? Oh ja, lachte der Lord. Die Franzosen sind überhaupt ganz fürchterliche Menschen. Verratet mir doch. Mit wem führen wir im 21. Jahrhundert Krieg? Mit niemandem, sagte ich ein bisschen unsicher. Jedenfalls nicht wirklich. Wir mischen uns nur hier und da mal ein, im Nahen Osten und so. Aber vielleicht fragen Sie mich lieber etwas über Kühlschränke. In jeder Wohnung in London steht so ein Kühlschrank und Sie können darin Käse, Milch und Fleisch tagelang aufbewahren. Lord Prompton sah nicht aus, als würde er sich besonders für Kühlschränke interessieren. Sie können mich auch nach Telefon fragen, sagte ich schnell. Obwohl ich nicht erklären kann, wie sie funktionieren. Wie ich Lord Prompton einschätzte, würde er es auch gar nicht verstehen. Und nach, ähm, es gibt doch einen Tunnel zwischen Dover und Calais, der unter dem Kanal durchgeht. Das fand Lord Prompton ungeheuer komisch. Er schlug sich vor Lachen auf die gewaltigen Schenkel. Köstlich, köstlich. Ich begann mich gerade ein bisschen zu entspannen, als Rakotzi zum ersten Mal etwas sagte. Er sprach Englisch mit einem harten Akzent. Was ist mit Transylvanien? Transylvanien? Die Heimat von Graf Dracula? Meinte er das ernst? Ich vermied einen Blick in die schwarzen Augen. Meine Heimat in den schönen Karpaten. Das Fürstentum von Transylvanien. Was passiert in Transylvanien im 21. Jahrhundert? Die Stimme klang ein wenig kratzig. Und es lag durchaus etwas wie Sehnsucht darin. Na, also, um Transylvanien ist es eigentlich in unserer Zeit recht still, sagte ich vorsichtig. Um ehrlich zu sein, wusste ich ja nicht mehr genau, wo das lag. Die Karpaten kannte ich auch nur aus der Redensart. Für Lady Arista war alles jenseits von Chelsea in den Karpaten. Und wie sieht es in den Kolonien aus im 21. Jahrhundert? Fragte Lord Prompton. Erleichtert sah ich, dass Rakotzi sich wieder zurückgelehnt hatte. Und er zerfiel auch nicht zu Staub, als jetzt die Sonne durch die Wolkendecke brach und das Zimmer in strahlend helles Licht tauchte. Eine Weile plauderten wir beinahe entspannt über Amerika und Jamaika und über einige Inseln, von denen ich zu meiner Schande noch nie etwas gehört hatte. Lord Prompton zeigte sich recht bestürzt darüber, dass sie sich nun allesamt selbst regierten. Natürlich glaubte er mir kein Wort und brach immer wieder in Gelächter aus. Ach, nun, ich finde es richtig deprimierend, dass ihr nur eine Schauspielerin seid. Wie schade, denn ich würde euch nur zu gern glauben. Tja, sagte ich verständnisvoll. An ihrer Stelle würde ich das alles auch nicht glauben. Leider gibt es keine Beweise. Oh, warten Sie mal. Ich griff mir ins Dekolleté und holte das Handy heraus. Was ist das? Ein Zigarren-Etui? Nein. Ich klappte das Handy auf. Es piepste, weil es kein Netz fand. Natürlich nicht. Das ist ein... Na, egal. Ich kann damit Bilder machen. Bilder malen? Ich schüttelte den Kopf und hielt das Handy in die Höhe, sodass der Lord und Rakotzi im Display erschien. Lächeln Sie doch mal. So, fertig. Was war das? Lord Prompton hatte seine Fettmassen erstaunlich schnell in die Höhe gewuchtet und kam zu mir. Ich zeigte ihm das Bild auf dem Display. Er und Rakotzi waren wunderbar getroffen. Aber was ist das? Wie ist das möglich? Wir nennen es fotografieren, sagte ich. Lord Promptons dicke Finger strichen begeistert über das Handy. Großartig! Rakotzi, das müsst ihr euch anschauen. Nein, danke, sagte Rakotzi träge. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber es ist der beste Trick, den ich je gesehen habe. Was wollt ihr für dieses Trickkästchen haben? Ich zahle euch jeden Preis, jeden. Ähm, nein, wirklich, das ist nicht zu verkaufen. Ich brauche es noch. Mit einem bedauernden Achselzucken klappte ich das Trickkästchen, äh, das Handy zu und ließ es wieder in sein Versteck im Mieder gleiten. Keinen Augenblick zu früh, denn die Tür öffnete sich und der Graf und Gedeon kehrten zurück. Der Graf vergnügt lächelnd, Gedeon eher ernst. Jetzt erhob sich auch Rakotzi von seinem Stuhl. Und, würde es euch gefallen, im 21. Jahrhundert zu leben, Lord Promptons? fragte der Graf. Unbedingt, welche köstliche Ideen ihr habt, sagte der Lord und klatschte in die Hände. Ich wusste, es würde euch gefallen. Der Lord beugte sich vertraulich vor. Ich würde wirklich gern diesen silbernen Schrein erwerben, lieber Graf. Den silbernen Schrein? Wir müssen uns jetzt leider verabschieden, sagte Gedeon, durchquerte mit wenigen Schritten den Raum und stellte sich neben mich. Ich verstehe, ich verstehe, das 21. Jahrhundert wartet natürlich, sagte Lord Promptons. Herzlichen Dank für den Besuch, es war ganz wunderbar amüsant. Dem kann ich mich nur anschließen, sagte der Graf. Rakotzi sagte nichts. Er sah mich nur an. Und plötzlich war mir, als würde sich eine eisige Hand auf meine Kehle legen. Ich schnappte erschrocken nach Luft. Ich kann jederzeit zudrücken. Es war nicht Rakotzi, der das sagte. Es war der Graf. Aber er bewegte dabei nicht die Lippen und er war mehr als vier Meter von mir entfernt. Ich weiß nicht genau, welche Rolle du spielst, Mädchen, oder ob du überhaupt wichtig bist. Aber ich dulde nicht, dass man gegen meine Regeln verstößt. Das nur als Warnung. Hast du das verstanden? Der Druck der Finger verstärkte sich. Ich war vor Angst wie gelähmt. Ich konnte ihn nur anstarren und nach Luft japsen. Merkte denn niemand, was gerade mit mir geschah? Ob du das verstanden hast? Ja, flüsterte ich. Sofort lockerte sich der Griff. Die Hand entfernte sich. Frei konnte die Luft in meine Lungen strömen. Der Graf kräuselte seine Lippen und schüttelte sich das Handgelenk. Wir sehen uns wieder, sagte er. Gideon verneigte sich. Die drei Männer erwiderten seine Verneigung. Nur ich blieb stocksteif stehen, nicht in der Lage, auch nur ein Glied zu rühren. Bis Gideon nach meiner Hand griff und mich aus dem Raum zog. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.